das sind keine schlüssel der dollar jetzt hätte ich gern das money ding das bekomme ich jetzt aber nicht ich hätte auch gern noch einen schlüssel oder jetzt ist ein shop oder erst die kisten aufmachen also freunde ich brauche noch ein paar schlüssel habt ihr welchen habt ihr schlüssel ich habe eine pille dead for end ich will nicht mehr was ich wieder alles mitnehmen will ich hab gern schlüssel dann muss erstmal den shop wenn ich zuerst machen soll nein ich muss ja wieder hier öffnen es wird natürlich kein schlüssel warum auch schlüssel voll übergewertet wer will diesen müll schon so steckerei geheimraum verziehen könnt ihr recht sein er könnte hier recht sein schwierig dann bin ich zuerst den shop und ich blöd bin komm schon du wirklich doch so dritt nochmal drauf dann ist er auch tot das habe ich natürlich sauviele kist moment ich könnte noch könnte noch vielleicht unter umständen da oben sein ist er natürlich nicht ich verschwinde nur zeit und punkten bei dem boss rasch werde ich mit der itembeschiff kombination ähnlich schaffen jetzt spielen wir ein bisschen an der slot maschine bombe geld komm schon ich brauch schlüssel das sind keine schlüssel gib mir schlüssel 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 jetzt krieg ich keinen schlüssel was soll denn der scheiß das ist kein schlüssel ich will kein geld hier schlüssel gib mir schlüssel du drecksmaschine gib mir schlüssel 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 ich will doch nur schlüssel ich will doch nur schlüssel ich will doch nur schlüssel ich gehe gleich nochmal den dollar scheinen als ich schlüssel will komm schon gib mir ein paar schlüssel nix ist einen kommen ich will kein geld ich will schlüssel das ist jetzt aber nicht wahr das ist das ist schlüssel multiplikator nicht bomben was war dann bomben ich weiß es nicht mehr so lange her gib mir das da das nehme ich auch noch mit und das da auch und hier bombe ich sicherheitshalber mal wieder ein bisschen geld draus ich habe gerade 5 Münzen reduziert und 6 bekommen sehr gut ich habe mal wieder 6 bekommen jetzt kommen noch ein paar goldene kisten öffnen welche öffnen wir und hier war eine sehr gute idee damage ab damage ab so noch ein paar bümpchen und dann habe ich noch einen schlüssel übrig für die hier ist eine schlechte wahl könnte uns super secret item suchen der kann da schon mal nichts der ist bestimmte oben rechts oder wenn ich es schaffen hier durchzulaufen nein nein die letzte hebe ich mir lieber auf ich hätte noch einen schlüssel mehr gebraucht das war im loch vorbeilaufen naja ok boss rasch wird definitiv nix oah arcade ja klar hast du keine bomben aber hey ich habe geld komm schon gib mir doch irgendwas geben wir mal ein paar schlüssel oder jawoll brav hp ab euch zwei würde ich eh nichts geben können vollbombe geld das weiß natürlich nicht wie viel ich am auto war ja natürlich hier dunkelheit haben äh dunkelheit äh unbekannte herzzahl dann bräuchte ich doch jetzt jetzt müsste ich mehr denn je wissen wie viel herzen ich habe am automaten zu spielen äh am automaten zu spielen am automaten zu spielen ah ah wieso äh wieso ist denn das so so deaktivieren danke für so ein game danke äh bounce back äh äh wenn ich wüsste was die items machen wäre das irgendwie geil und da fällt mir ein ich möchte meine mauszeiger glaube ich hier nicht mehr mit aufnehmen gut dass man das immer rechtzeitig einfällt nicht wenn ich eben schon eine halbe stunde mit mauszeige aufgenommen habe oder ohne je nachdem je nachdem je nachdem je nachdem ich habe voller herzen wie es aussieht ich habe voller herzen wie es aussieht ich habe keine ahnung mehr was das alles macht ich habe eh keine ahnung mehr was das alles macht ich habe ja So, oh sis, was haben wir denn da so? Pupity, Pauple, was willst du mir denn an, irgendwie alles nur scheiße, na toll. Danke für gar nix, Arschloch. Das hat dann auch nur scheiße dabei. Oh, Brief. Oh, das könnte vielleicht sogar... ... so viele Shots gibt's. Ja, Humblewumble, so weiter. So, hier habe ich noch den Eintrum gefunden und ich könnte mal zurückgehen und dann der Blutbank spielen. Wo wir weiterlaufen, wäre das vielleicht ganz sinnvoll. Ja, das müssen jetzt zwei gewesen sein, drei. Und das nehmen wir auch mal kurz mit. Raus damit aus dem Item Pool, auch wenn das Schrott ist. Vor allem, wenn man so die Kohlen hat wie ich. 91. 91. Da würdest du mal wieder drauf fliegen? Danke. Okay. Ich bin sehr noch bedingt gut. Ich meine, ich habe Samplewumble, bisschen Damage und tauchen Geld. Ach, der Shop. Lass mal stehen bleiben. Was soll schon passieren? Da ist die Mini-Mini-Version davon. Und da haben wir... Oh ja. Oh ja. Oh ja. Da ist das Spiel schon mal besser geworden. Äh, das Spiel. Die Runde. So, was haben wir denn da? Larger, Puberty, ja geil. Alles nach Schrott. Kein Item Raub, Mehlfett und Item Raub, ja. Und da haben wir einen blauen Stein. Ich will nochmal Damage ab. Nein, aber ein blaues Herz, nein. Damage Detection. Ja, geil. Bad Gas, ne. Ist nicht so, oh, Schlüssel. So, Hammerfett und Pilz mit einem Pilz drin. Lack ab. Das nimmt doch langsam gute Züge an. Dabei kann man ja nicht mal Eisenbahn bauen. So, nehmen wir das Geld noch mit, weil... Ich habe volle Energie. Ja, habe ich. Ja, das geht definitiv in die richtige Richtung, würde ich sagen. Bin mir noch unsicher, was das wird. Wahrscheinlich scheiße, aber hey. Girls of the Blind. Was ist das denn? Speeddown, hey. Ja, geil. Ich habe richtig geile Items bekommen. Äh, Pillen. Pillen. Ach, komm, benutze ich Pillen. Ja, das Geld brauche ich gar nicht mehr, weil... Ich habe schon das Anschlag. Ich habe schon das Anschlag. Das Deutsch habe ich übrigens auch. Oh Gott. Hier muss ich Schalter drücken. Das kann ich mit Bomben nicht. Warum nicht? Warum kann ich mit Bomben keine Schalter drücken? Das ist doch unrealistisch. Geh in der Realität doch auch. Äh, Judgment. Judgment. Oh. War das... Ah, das war er. Okay. Ja, dann. Hier, frisst mein Geld. Ich habe es ja. Wenn man so viel Geld hat, dann gibt man es halt Battler, ne? Komm schon. Irgendwas Gutes. Was war Fränkisch, ne? Hier wird kein Fränkisch gesprochen. Hier wird nur ordentliches Deutsch gesprochen. Ah, jetzt bist du tot. Ne, da bringt mir auch nichts mit den Bomben, glaube ich. Ich lasse mich schon die Flamme ausmachen. So. Das war Allgisten wieder. Allgibs war Resistenz. Du, du oben bist. Schast du's. Nein, wohne ich nicht. Äh, was das lief in mir. Naja, easy. Das ist irgendwie wichtig, wo ich wohne. Was hab ich denn der Schottspiel plus Damage ab? Oh je. Ähm, ich behalde die Tourfahrtskarte natürlich. Wär dumm, die nicht zu behalten, bei soviel Herzen schon wieder. Das wär echt dumm. Dum 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 dum. Oh. Will of destiny. Will of destiny. Dann drehen wir mal wieder am Rat, würde ich sagen. Sputti. Ähm. Dann geht das Gesprächsspielen. Hey. Mehr Geld. Ob ich noch mehr Automaten spielen kann. Hey. Ich bekomm Schlüssel. Nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt, wo ich sie wollte, aber hey. Schlüssel. Okay. Hast du dem irgendwas Gutes bekommen? Ich glaub ich keine Fliege, die ich die ganze Zeit im Kreis noch bekommen, oder? Tschüss. Da hab ich jetzt keine Lust drauf, zwei Stunden am Automaten zu drehen. Da kann kein Ding sein. Äh, hier könnte was sein. Nein. Na, egal. Ich hab ja unendlich viele Bomben. Dann passt das schon. Da kann man ja suchen gehen. Wo ist denn jetzt der Itemraum? Hm. Bäh. 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 Okay. Hier schon mal nicht. Nicht da rein. Speed down. Beste Pille. Garantiert nicht. Hier haben wir den Shop. Wo wir den Zertreter haben. Felix, ähm. Felix, ähm. So ein bisschen ungünstig. Danke. Ich hab's sogar schafft rauszukommen ohne mir selbst Schaden schon machen. Äh. Du willst Temporate Damage ab. Ich hab grad die falsche Taste gedrückt. Wow. Ich hab grad die falsche Taste gedrückt. Wow. Warum nicht. Warum nicht. Nehm ich halt mit. Kann man schon mal machen. Kann man schon mal machen. Kann man schon mal machen. Goldene Kiste. Goldene Kiste. Ja. Die Bomben enthält. Ja. Woher sie bekommen. Ich hab schon Angst, dass sie die exzessiven Stoffe ausgehen. Nein. Ich kann sie ja nicht irgendwie Luftantriffe anfordern. Ich hab auch nicht irgendwie grad 99 Bomben hergebekommen. Nein. Ich doch nicht. Ach, Henning. Ich hasse auch nicht. Ich muss sie einfach hassen. War schon eine Zelda nervig. Wo das jetzt nicht gelohnt. Sogar Räume gibt's hier doch gar nicht mehr. Doch. Da unten könnte er noch sein. Scheiße. Und da haben wir ein halbes Herz. Geil. Egal. Ich kann Luftangriffe anfordern. Ich hab 99 Münzen. 99 Bomben. 20 Schlüssel. Da geht doch was glaube ich. Da geht. Was bist du denn? Slow Effekt. Ammoniert das mit Luftangriff? Ich weiß gar nicht. Ich werd's merken. Mann, hier ist Damage hätte ich jetzt glaube ich auch ganz gerne. Wenn ich noch mehr Geld. Gut. Kann ich hier die Rune mitnehmen. Das ist jetzt ärgerlich, dass ich die Karte weggeworfen hab. Ich hätte ich jetzt gerne wieder weggeworfen. Nicht weggeworfen. Außer sehen benutzt, weil ich blöd bin. Meine Abonnenten mich mal wieder nicht informieren vorher. Wie immer sind meine Abonnenten schuld. Ne werde ich noch sonst. Ich kann's ja nicht sein. So ist da Geheimraum. Nein. Short Range Mega Tears. Ich weiß nicht ob das mit. Ich hab auf jeden Fall jetzt eine sehr hohe Damage Anzeige aber. Das heißt ja jetzt noch nix. Na toll. Noch mehr Bomben. Hey. Hier ist noch eine Kiste. Tatsächlich. Ja. Oder nicht. Steck ein was man tragen kann. Steck mir ein was man tragen kann. Hey. Supergrid. Tschüss Supergrid. Nehmen. Corel Metall. Keine Ahnung warum. Ich hab nichts mit dem ich das ganze Geld ausgeben könnte. Geh ich rein? Na ne. Soll ich eh nur Müll drin. Außerdem kann ich mich auch von den Treppen lassen von daher. Was haben wir da? Change Min. Äh. Das mag gut sein. Pille. Bad Gas. Friends Till End. So. Nehmen noch einen Schlüssel mit. Nein. So. Gut. Dann gehen wir mal auf. Ne. Da hab ich aber die Runen nicht. Läuft bisher ganz gut. Ähm. Joker. Uff. Uff. Weiß ich jetzt mal wirklich nicht. Wir sind doch nicht tot. Ähm. Ja doch. Ich mein es jetzt nicht so die ultimative Schadensvernichtungsmaschine. Da gibt es richtig viel bessere Kombinationen aber. Woah! Duos.